Ich freue mich auf die Pizza. Oh, es weihnachtet endlich wieder bei The Body Shop. Der Wahnsinn. Vor allem sind auch dieses Jahr die Geschenksets irgendwie wieder ein Stückchen besser geworden, habe ich das Gefühl. Also da haben wir die verschiedensten kreativ eingepackten Geschenke für eure Freunde, aber auch größere Versionen für eure Schwester, meine Freundin, meine Mama. Und was ich persönlich natürlich ganz genial finde, es sind auch dieses Jahr wieder sehr viele Produkte für Männer dabei, sehr viele Geschenke für mich.